Herr Franz, hast du nicht geschlafen? Ja, es ist auch mal. Ja? Ja. Das ist schön, hast du geschnarcht? Ich weiß nicht, aber du. Ach so, ich dachte nur du hast geschnarcht. Nee, du hast geschnarcht. Ach so, gut. Ich schnarch doch nicht. Jo, hallo Borkheide, hallo Welt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Valencia. Und müssen irgendwie unsere riesengroße Enttäuschung verdauen, dass das Dali Museum geschlossen ist. Ja, haben total schöne Landschaften und kommen eigentlich auch immer gut voran. Wetter wird jetzt auch besser, nachts hat es ein bisschen geregnet. Aber jetzt scheint die Sonne und wir freuen uns auf alles was kommt. Ja. Fies. So, Franz. Von wemsten. Du fönst uns schon wieder mal da rein. Aus einer anderen Perspektive mal. Aus einer anderen Perspektive hast du das Dali schon halt. Aus einer anderen Perspektive. Aus einer anderen Perspektive. Ja. Aus einer anderen Perspektive. Ja. So, also jetzt sind wir dann mal gesamt Richtung Alcaciras. Das Bericht in Valencia. Das Bericht in Valencia. Das Bericht in Valencia und dann. Ja. Dann werden wir auch mal gucken kennen. Die weit war kommen, denn. Das Bericht in Valencia. Also hier sind wir auch mal gesamt. Das Bericht in Valencia. Das Bericht in Valencia. Freiheit für eingesperrte politische Spanierende für eingesperrte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020